Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Wir vom BBV Görmaringen machen heute eine Mahnwache an der B12 mit Schleppern und einem Mahnfeuer, um die Politik nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht mehr weitergeht. Wir brauchen wieder einen Sachverstand in der Politik, dass wir unsere fachlichen Kenntnisse auch umsetzen können und damit Geld verdienen können, dass das Umfeld passt, dass wir mit unserer Arbeit Geld verdienen können. Und momentan brauchen wir diese Förderungen, die wir bekommen, dass wir das Ganze auch zu einem vernünftigen Preis machen können, weil unsere Auflagen und Kosten im Verhältnis zu anderen Wettbewerbern in der EU wesentlich höher sind.